Einen wunderschönen Ostersamstag. Die Tageskarten für den heutigen Tag. Einmal von Bärbel Mohr, eine Joker-Karte für Bestellung beim Universum. Wenn dir nicht reicht, was das Universum dir liefert, dann bleib dir nur, an dir selbst zu arbeiten und mehr Licht und Liebe zu werden. Denn nach dem Resonanzgesetz kannst du nur Dinge in dein Leben ziehen, die ähnlich viel Licht und Liebe enthalten wie du selbst. Dann von Luise L. Hey, Körper- und Seelenkarten. Ich bin in Frieden. Frieden und Harmonie sind in mir und in mich herum. Ich empfinde Toleranz, Mitgefühl und Liebe für alle Menschen, auch für mich. Ja, vielleicht auch mal so ein Energiebild mituntermalen. Wie sieht deine Aura aus oder wie sieht deine Seele um deinen Körper aus? Einfach mal intuitiv drauf losmalen, in Wellenbewegungen. Wäre doch eine schöne Idee. Das sind die neuen Ostereier. So im Kreis, warum nicht? Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Tschüss!